Herzlich Willkommen zu diesem Interview zum Thema Krypto Hype, Bubble oder The Next Big Thing. Mein Name ist Muki Semling, Angestellter bei der FX Flat Bank. Für die FX Flat Kunden oder die, die es noch werden wollen, wir bieten aktuell Kryptos als CFDs an, aber auch den Mikro Bitcoin Future sowie Kryptos als Einzahlungsmethode. Ebenfalls bieten wir auch die Depotkonten bei Interactive Brokers an, bei denen ist aktuell der CFD-Handel auf Kryptos möglich, größtenteils auf Bitcoin und ansonsten auch der Futures-Handel. Für weitere Rückfragen steht Ihnen ansonsten das Serviceteam 24 Stunden unter der Woche zur Verfügung. Bitte beachten Sie hierbei, das Interview dient rein zu Informationszwecken und handelt sich somit nicht um Anlageberatung. Gut, an erster Stelle erstmal vielen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, überhaupt dieses Interview zu führen. Wir von FX Flat sind auf dich gestoßen, da einfach das Thema Krypto so präsent ist und du bist ja mit über 82.000 Abonnenten einer der größten Krypto-YouTuber im deutschsprachigen Raum. Dennoch vielleicht für die Leute, die dich noch nicht kennen, magst du dich mal mit zwei, drei Sätzen vorstellen? Genau, ich bin Roman oder auch der Blogtrainer. Wir haben ein Unternehmen auf Basis des YouTube-Kanals gegründet, sind mittlerweile aber auch IT-Dienstleister und entwickeln Software für große Unternehmen wie die Deutsche Bahn oder auch die Stadt Münster und viele andere. Und unsere Mission auf YouTube ist es, Bildung im Bereich von Bitcoin und auch Krypto zu machen. Tatsächlich sind wir spezialisiert, vor allem auf Bitcoin. Wir haben uns viele andere Technologien auch angeschaut. Ich habe auch sehr viele andere Technologien in der Vergangenheit auf meinem Kanal gezeigt und bin halt irgendwann hin und habe gesagt, naja, die meisten werden wahrscheinlich in der Zukunft nicht da bleiben. Und Bitcoin ist eins, von dem ich mir da ziemlich sicher bin und wovon ich auch glaube, dass Bitcoin die meisten der Probleme der anderen auch auf kurz über lang lösen kann. Und so ist es ein zunehmend Bitcoin-lastiger Content geworden mit Schwerpunkt auf Bitcoin, wobei wir aber auch die anderen Projekte nicht außer Acht lassen und natürlich weiterhin beobachten und auch genau schauen, was da so passiert. Und was fasziniert dich persönlich erstmal am Thema Kryptohandel? Ja, also ich selber bin weniger der Händler. Ich bin eher der Hodler, so heißt es in der Kryptowelt. Das kommt so ein bisschen von dem Hold, ist aber tatsächlich eigentlich das Gleiche, heißt dort aber Hodl, ist eine Geschichte hinter, wie das entstanden ist. Aber für mich ist halt der Punkt eigentlich, dass dieses fixe Supply von 21 Millionen Bitcoin etwas ist, was wir so in dieser Form noch nie hatten. Wir wissen, dass wahrscheinlich auch die Goldmenge auf diesem Planeten begrenzt ist. Wir wissen aber nicht, wie viel Gold es noch so im Universum gibt und was wir irgendwann mal bekommen können. Und auch hat andere, hat Gold andere Nachteile, mit denen wir ja auch irgendwann an unsere Grenzen gestoßen sind, weswegen wir unser heutiges Geld haben und das auch in gewisser Form ausgeben können, wie wir wollen. Also in der Menge neu erschaffen können oder ausweiten können. Und das ist bei Bitcoin nicht möglich. Das heißt, wenn ich jetzt ein Bitcoin kaufe, dann weiß ich, ich habe einen Bitcoin von maximal 21 Millionen möglichen Bitcoin, die es jemals geben kann. Und das ist etwas, was wir in dieser Form noch nie hatten und vor allem auch nicht in dieser Form, dass wir das wirklich verifizieren konnten. Also bei Gold gibt es ja natürlich auch Zertifikate, die im Umlauf sind, wo man aber nie genau weiß, naja, gibt es genauso viele Zertifikate, wie angeblich dafür auch Gold hinterlegt wurde. Oder umgekehrt gibt es vor allem genauso viel Gold, wie Zertifikate im Umlauf sind. Und das sind alles Vorteile, die Bitcoin hat. Darüber hinaus aber auch für den Planeten viele Vorteile haben kann, wie dass es halt auch Länder gibt, in denen es fast gar keine Infrastruktur im Banking oder im Finanzsektor gibt. Und die aber heute schon Smartphones und Internetanschlüsse haben und mit Bitcoin schlagartig einen Zugriff auf die Finanzwelt bekommen. Und das ermöglicht ganz neue Technologien in der Zukunft, ganz neue Finanzmöglichkeiten und ist super spannend. Ich habe mal eine ausgiebige Antwort hierzu. Ich hatte auch gesehen, du hattest einen IT-Background oder hast den ja auch noch, bist ja auch noch aktiv mit den Projekten betreut, die du gerade angesprochen hattest. Wie sahen denn so deine ersten Berührungspunkte überhaupt mit dem Thema Blockchain aus? Ja, die ersten Berührungspunkte waren Bitcoin tatsächlich. Ich würde sagen, das erste Mal habe ich es noch gar nicht verstanden, was da überhaupt vor mir ist. Da habe ich gesehen, ja irgendwie komisches Internetgeld aus dem Darknet, ganz merkwürdig. Das war irgendwann 2010, 2011, denke ich rum. Und dann war es ein paar Jahre lang gar nicht auf meinem Schirm. Und als ich dann tiefer in die Berufswelt, in die IT-Berufsbranche eingestiegen bin, hat man sich dann mit dem Thema befasst. Das war so 2013, 2014 rum. Und dann gab es aber auch Rückschläge damals. Einer der größten Börsen, einer der größten Handelsplätze wurde gehackt, Mount Gox. Und dort sind 800.000 Bitcoin abhandengekommen. Und das war natürlich auch erstmal ein abschreckendes Beispiel. Zu dem Zeitpunkt war Bitcoin auch noch verhältnismäßig klein. Also dieser Vorfall hätte auch dazu führen können, dass es Bitcoin einfach nicht schafft. Und dann hätten wir es heute gar nicht wahrscheinlich. Oder irgendwas Neues, was das versucht hätte. Tatsächlich hat es Bitcoin geschafft. Und dann bin ich irgendwann angefangen, mich tiefer damit zu befassen. Das Thema Sicherheit hast du ja jetzt schon mal ein bisschen angeschnitten. Werden wir nachher auch noch ein bisschen vertiefen. Du verfolgst ja eher den Buy-and-Hold-Ansatz. Du sagst ja selbst Hoddeln sozusagen. Mich würde mal interessieren, wie sah so deine erste Intention oder Erwartungshaltung auch aus, als du dein erstes Bitcoin-Investment getätigt hast. Ja, also das erste Mal war es tatsächlich noch aus diesem Punkt heraus, hey, ich verdiene jetzt mein erstes eigenes größeres Geld. Ich möchte irgendwie meinem Geld was machen. Ich möchte es nicht nur auf der Bank liegen lassen. Und da waren Aktien damals ein Thema für mich. Und dann irgendwann auch dieses Interesse an Krypto. Einfach, weil es ein technischer Bereich ist, weil ich selber Informatiker bin und mich damit angefangen habe zu befassen. Und natürlich aus dem Wunsch heraus, dass aus meinem Geld mal mehr wird, ist man dann angefangen, ganz viel mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen zu machen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, vieles von dem, was ich so mit anderen Kryptowährungen gemacht habe, hat sich im Nachhinein auch nicht gelohnt. Kurzzeitig schon, da hat man dann gewaltige Summen. Das kann auch ganz schnell umschlagen. Und dann irgendwann, glaube ich, fängt jeder, der sich mit dem Thema länger befasst, dann an zu verstehen, dass da mehr hinter steht, als nur schnell das Geld vermehren. Tatsächlich auch einen guten Wertespeicher zu haben, aber auch, was das Ganze eigentlich für eine Evolution unseres Geldsystems ist, ja, global. Und dann fängt man an, auch das Potenzial zu sehen und sieht auch die Chancen, die das für die Zukunft hat, aus einem ganz anderen Blickwinkel. Und nimmt diese 21 Millionen Bitcoin ganz anders wahr und sieht, wie viel, ich sag mal, wirklich global in dieses Netzwerk noch kommen kann und wie knapp dann eigentlich 21 Millionen Bitcoin werden plötzlich, ja. Ansonsten würde es mich auch mal interessieren, weil ich da selbst Erfahrungen gemacht habe, die von der einen Spanne bis zur anderen gehen. Wie hat denn dein Umfeld reagiert, als du so deine ersten Investments getätigt hast? Eigentlich sehr positiv. Ich war schon immer eher eine Person, die, also ich war schon immer sehr selbstbewusst und wusste auch immer, wovon ich rede. Ich habe auch selten halbe Sachen gemacht oder so. Und wenn ich sage, hey, ich habe mir das angeguckt und das ist spannend aus folgenden Gründen, dann war es schon immer so, dass ich das ganz gut begründen konnte und dass es da wenig Misstrauen oder so viel gab. Schon von den Personen, die, sag ich mal, eher von der älteren Generation sind, aber tatsächlich gibt es auch andere Familienmitglieder, die daraufhin auch gesagt haben, ja, okay, ich gucke es mir auch an, finde ich auch spannend. Ich würde mal sagen, grundsätzlich sagen wir hier im Rheinland ja gerne, seitdem ist viel Wasser den Rhein hinuntergelaufen. Dein Erfahrungsschatz hat sich über die Jahre ja erhöht, dein Wissenstand auch. Dementsprechend möchte ich erstmal die übergeordnete Frage zu diesem Interview stellen. Crypto Hype, ist es eine Bubble oder the next big thing? Ich glaube, es ist erstmal eine Bubble in der Form, dass wir immer wieder Blasen bilden in dem Bereich und das haben wir 2017 gesehen. Das war eine Blase. Wir sind heute höher als die Blase in 2017, aber es war trotzdem eine Blase und sie ist geplatzt. Und ich glaube, wir werden mehrere dieser Blasen auch noch in Zukunft sehen, aber ich glaube, dass die Blasen immer kleiner werden und dass das Platzen immer harmloser wird und dass sich das über die Zeit immer weiter hoch bewegt, aber auch immer schwächer von den Ausschlägen her ist. Und ich glaube, dass viele Dinge, die hier passieren, sehr experimentell sind, nicht zuletzt so Sachen wie NFTs, sogenannte Non-Fungible Tokens, wo ich dann so eine Art Sammelkartenbilder oder so halt Sammelobjekte auf der Blockchain habe, die mit Sicherheit auch in manchen Bereichen komplett überteuert sind. Oder halt auch irgendwelche ICOs, wie sie in 2017 groß waren, wo man früh in Projekte investiert, weil man da langfristig dann glaubt und das in Form von einem Coin macht, wo man aber eigentlich gar keinen Anspruch an irgendwas hat. Und das ist halt der Punkt, dass ich denke, hier wird es ganz häufig noch zu Betrugsfällen kommen, zu Blasen, die sich bilden, zu Hypes, die ungerechtfertigt sind. Und das werden wir auch immer wieder sehen. Und ich glaube, dass das wirklich lange braucht, bis sich da so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt, bis man wirklich das Fundamentale von dem Experimentellen, von dem Quatsch unterscheidet. Und wir sind noch sehr früh, so viel sei gesagt. In einem deiner letzten Videos besprichst du auch die Potenzialanalyse vom Weltwirtschaftsforum bezüglich Bitcoin. Dementsprechend denkst du, es ist ein kurzfristiges Phänomen, dass jetzt auch die großen Institutionen darauf zugehen? Oder sagst du, Krypto etabliert sich als neue Asset-Klasse langfristig? Also ich glaube, dass speziell Bitcoin etwas ist, was da bleiben wird und dass Bitcoin auch ein sehr interessantes Konkurrenzprodukt zu unserem herkömmlichen Geld sein kann. Und das in vielen Ländern auch schon wird. Und unabhängig, ob es jetzt zu einem Legal Tender in einem El Salvador wird, es ja auch Länder gibt, die Bitcoin tatsächlich selber nutzen, wo die Zentralbanken sagen, wir brauchen das, um internationalen Handel zu machen. Weil beispielsweise die USA ein Embargo gegen uns erhoben hat oder so. Das heißt, ich glaube, dieser Nutzen von Bitcoin, der ist bereits da. Und ich glaube, der wird eher größer als kleiner. Und daher denke ich, dass speziell Bitcoin auf gar keinen Fall ein kurzfristiger Hype bei großen Institutionellen ist, sondern etwas ist, wo sie sich jetzt gerade darauf vorbereiten. Wir haben das auch kürzlich erst gesehen hier in Deutschland. Die Spezialfonds haben die Möglichkeit bekommen, 20 Prozent ihres Kapitals in Bitcoin abzulegen. Das ist ein Riesenschritt eigentlich, der auch ziemlich überraschend kam, glaube ich, für den einen oder anderen. Und wir haben jetzt gerade kürzlich gesehen, dass in den USA mehrere hundert Banken die Möglichkeit bekommen haben, ihren Kunden ebenfalls den Kauf von Bitcoin über die Hausbank anzubieten, was auch sehr besonders ist. Und man sieht, die bereiten sich alle gerade darauf vor. Ich glaube, auch Unternehmen wie Coinbase, die kürzlich hier Direct Launching gemacht haben an der Börse, haben so ein bisschen bewiesen, wie viel Potenzial dahinter steckt und wie ein noch so junges Unternehmen sich plötzlich irgendwo bei den 10, 20 größten Banken der USA etablieren konnte oder einpendeln konnte irgendwo in dem Bereich. Und da wollen die mitspielen, ganz klar. Und ich glaube, dass es noch sehr früh ist. Und ich glaube, dass erst mal, wenn die Produkte stehen für die Banken, der Anreiz auch bei denen auf einmal da ist, sehr positiv über Bitcoin oder dann vielleicht auch Krypto zu sprechen und es größer zu machen. Grundsätzlich, wenn wir uns die Geldfunktion mal angucken, also Tausch, Erfbewahrung und die Recheneinheit, dann stellt sich die Frage, ob Krypto tatsächlich auch die Geldfunktion erfüllen kann. Kritiker würden vor allen Dingen da die Volatilität einmal ansprechen, als auch eine noch nicht vorhandene Reife der Asset-Klasse. Wie siehst du das? Ich sehe das ähnlich, weil wir von etwas sprechen, was gerade zwölf Jahre jung ist und Bitcoin in den letzten vier, fünf Jahren sich erst so richtig gefestigt hat und das tatsächlich noch sehr jung ist. Und Bitcoin, wie ich das vorhin schon sagte, auch nach wie vor noch diesen Bubbles ausgesetzt ist. Also es bläht sich auf, es platzt wieder zusammen. Ich glaube aber, dass das nichts daran ändert, dass Bitcoin das auf kurz über lang zwangsläufig werden kann und wird und dass auch die derzeitige Adoption und dass dies in Kauf nehmen von dieser Volatilität heute dennoch schon da ist und man es trotzdem schon als Geld in gewisser Form nutzt. Und von daher glaube ich, je mehr darauf setzen, je mehr darauf vertrauen, desto weniger Volatilität werden wir haben, desto mehr Stabilität bekommt dieses Asset und dann wird es sich auch etablieren. Wir müssen uns aber auf der anderen Seite auch fragen, wann für Finanzexperten Bitcoin nicht mehr zu ignorieren ist, weil Bitcoin ist ja zwölf Jahre jung. Bitcoin hat in den letzten zwölf Jahren jede andere Asset-Klasse auf diesem Planeten outperformt, egal welche. Also wirklich über diesen Zeitraum hat Bitcoin im Schnitt 200 Prozent im Jahr gemacht und das fortlaufend über zwölf Jahre. Und das kann nichts, kein Immobilienmarkt, kein Rohstoffmarkt, kein ETF-Markt, nichts kann das von sich behaupten. Und wie lange muss ein Asset das beweisen und diesen Run hinlegen, bis Finanzexperten sagen, es ist fast eine Pflichtbeimischung in ein Portfolio oder so. Und je mehr Menschen das dann später nutzen, desto stabiler wird das Ganze natürlich auch. Je mehr Menschen Bitcoin halten, desto weniger Schwankungen kommt in das Ganze rein. Aber wie gesagt, noch ist der Markt sehr jung und da ist das zwangsläufig so. Und dann auch nicht, ich sag mal für uns jetzt hier, vor allem in der westlichen Welt, super als Geld zu benutzen, wenn ich bezahlt werde vom Chef und am nächsten Tag drauf gucke und 30 Prozent meines Wertes fehlen und ich meine Miete nicht mehr bezahlen kann, dann habe ich ein Problem. Und der Wert fehlt ja, wie gesagt, nicht in der Form, dass ich weniger Bitcoin plötzlich da habe, sondern dass der Gegenwert in Euro gesunken ist. Und ich glaube halt irgendwann könnte das Ganze genau andersrum verlaufen, dass Bitcoin der stabile Layer ist, weil er so hart begrenzt ist, dass eben eine dauerhafte Entwertung wie beim Euro oder dem Dollar nicht passiert und dadurch dann sogar Bitcoin das stabilere Asset wird. Das hast du schon ein bisschen vorgegriffen, aber tatsächlich schauen wir uns vielleicht, alles gut, gerne, gerne. Schauen wir uns nochmal die aktuelle Marktlage an. Wir hatten vor kurzem ja das Bitcoin All-Time-High und danach kam sehr starker Drawdown erstmal, der verkraftet werden musste. Das ist natürlich die Frage, wenn wir es als Geldfunktion sehen, wo ist da die Wertaufbewahrung? Bist du jetzt schon ein bisschen darauf eingegangen, aber du kannst gerne nochmal zwei, drei Worte zu verlieren. Genau, es ist wirklich diese begrenzte maximale Menge und es ist auch nicht so einfach zu verstehen, warum die Bitcoin-Menge so begrenzt ist und warum viele andere Projekte, Krypto-Projekte, die zwar auch eine augenscheinlich begrenzte Menge haben, trotzdem diese begrenzte Menge nicht so sicherstellen können, wie Bitcoin das kann. Und das ist sehr besonders und da geht es dann irgendwann auch in die extreme Tiefe dieser Technologien und am Ende begründet sich das alles eigentlich mit dieser Sicherheit, dieses Netzwerk durch den enormen Stromverbrauch erschafft. Und andere Netzwerke haben zwar diesen Stromverbrauch nicht, gehen aber Trade-offs ein und haben gewisse zentrale Punkte, die unter Umständen das Supply-Management dieses Netzwerks verändern können. Und das sehen wir jetzt auch ganz aktuell bei Ethereum mit dem neuen EIP 1559, ist es glaube ich, da wird dann die Supply-Regeln geändert. Und solche Dinge passieren halt bei Bitcoin nicht und können dort nicht passieren. Und das macht Bitcoin zu diesem dezentralen guten Netzwerk. Und dadurch, dass diese Menge von 21 Millionen Bitcoin festgelegt ist, haben wir etwas, worauf wir uns verlassen können. Die Menge ist noch nicht komplett da, das sei auch dazu gesagt. Wir sind jetzt gerade bei 18,5 Millionen Bitcoin etwa. Aber der Großteil ist da und die Menge wird erst im Jahr 2040 quasi den letzten Bitcoin geschürft haben. Und ab dann wird es keine neuen Coins mehr geben. Das Netzwerk läuft dann ganz regulär weiter, aber ohne, dass es neue Coins gibt. Das heißt so, in 20 Jahren etwa kommen wir an den Punkt, da wird dann pro Jahr nur noch 15.000 neue Bitcoins oder so erschaffen. Also dann haben wir schon wirklich quasi gar keine Inflation mehr in dem Sinne, weil die Coins, die wahrscheinlich verloren gehen oder wirklich gelockt werden, die sind dann deutlich höher als das, was an neuen Coins kommt. Und dann sprechen wir sogar fast von einem deflationären Asset. Und ja, das wird dann sehr spannend zu sehen sein, was passiert in einer Welt, wo nämlich der Markt ja nicht dadurch eine dauerhafte Inflation hat wie bei Gold, dass wir immer mehr davon aus der Erde holen können tatsächlich, sondern dass wir wirklich sagen, hey, die sind jetzt einmal alle gefunden. Und was passiert, wenn wir uns immer gegenüberstellen können, hey, wir haben Euro, das entwertet dauerhaft, oder wir haben Bitcoin, das nimmt ständig an Wert zu. Wo lege ich, wo spare ich mein Geld? Oder wenn ich dann sage, okay, ich kann mir eine Immobilie kaufen, die vermieten, aber das, was ich an Rendite daraus hole, nach zehn Jahren ist weniger, wie wenn ich Bitcoin kaufe. Also wo rein lege ich mein Geld? Und das wird eine sehr spannende Entwicklung in Zukunft werden. Und das wird für viele Märkte, glaube ich, ein großes Problem werden, gegen Bitcoin konkurrieren zu können. Und gerade, weil sich diese Menge nicht ausweiten lässt. Ansonsten, aufgrund der aktuellen Marktlage, welche Rolle spielen für dich die sogenannten Big Whales, wie zum Beispiel Elon Musk? Berücksichtigst du das auch in deinem Handeln? Du hast deinen Ansatz schon mal erklärt. Ich denke, dementsprechend schaust du zwar zu, aber wirst du sagen, okay, macht ihr euer Spiel? Also ich glaube, klar sind das Wahle, keine Frage. Aber selbst MicroStrategy, die ja als erstes aktiennotiertes Unternehmen Bitcoin kaufen durften und die Erlaubnis von der SEC, der Security Exchange Commission aus den USA, die Erlaubnis bekommen haben, selbst die haben ja nur 105.000 Bitcoin, übrigens auf Schulden gekauft. Also sie hebeln jetzt quasi schon den Dollar gegen Bitcoin. Also das heißt, sie leihen sich Dollar und kaufen davon Bitcoin, was im Endeffekt, wenn es viele tun würden, in so etwas wie einer spekulativen Attacke endet. Das ist nämlich auch nochmal ein sehr spannender Punkt. Was passiert, wenn alle diese FOMO bekommen, sich Dollar leihen? Kredite gibt es ohne Ende, werden auch immer weiter ausgegeben. Das System muss davon leben. Was passiert, wenn immer mehr Bitcoin kaufen? Bitcoin im Wert immer weiter steigt, Dollar immer weiter entwertet. Das könnte ein spannendes Konkurrenzprodukt für einen Dollar werden. Da bin ich gespannt, wo die Reise hingeht. Am Ende ist aber das, was diese Milliardäre tun, erst mal, sie haben erkannt, was Bitcoin ist. Sie sind an diesem Punkt, dass sie sagen, okay, es gibt eigentlich nur noch einen Weg nach vorne. Ich sehe nichts mehr. Also ich sehe kein mögliches Black Swan Event mehr für Bitcoin auf kurz oder lang. Und sie müssen für sich genau das erkannt haben, sonst würden diese Risiken nicht eingehen. Ich glaube, dass Elon Musk nochmal speziell zu betrachten ist, weil er auf Twitter ganz unabhängig von seinem Kaufverhalten bei Bitcoin für ganz andere Sachen sorgt und da natürlich auch immense Schwankungen auslöst. Und das liegt einfach daran, viele Menschen folgen dieser Person. Und wenn der was sagt, dann rennen da viele hinterher. Und wir wissen nicht so ganz, was das Getrolle von ihm, was das ernst gemeint. Er hat zum Beispiel vor einem Dreivierteljahr oder vor einem halben Jahr oder so auf Twitter, ach Quatsch, auf einer Clubhouse-Runde gesagt, dass er das alles mit Dogecoin macht, war nur ein Scherz. Bitcoin ist das Asset, worum es geht. Er kauft dann mit Tesla Bitcoin, geht dann auch hin und sagt, hey, man kann jetzt die Autos mit Bitcoin kaufen. Erzählt dann, nee, doch nicht, weil Bitcoin verbraucht ja Energie. Was aber gar kein neues Thema war, was ja auch sehr lustig ist, warum er jetzt zurückgerudert ist. Und auf einmal fängt er an, Dogecoin zu promoten, was übrigens als Spaßprojekt gestartet ist und einer massiven Inflation unterliegt und auch einer Netzwerksicherheit, die maßgeblich eigentlich an dem Litecoin-Netzwerk hängt und bei weitem nicht die Sicherheit hat, die Bitcoin hat. Also macht das alles eigentlich keinen Sinn, was er in der Vergangenheit getan, erzählt hat und was er heute tut. Und das hat zu sehr viel Unsicherheit und Schwankungen geführt. Einmal diesem Hype, hey, Tesla akzeptiert jetzt Bitcoin zum Autokauf und dann diesem, oh nein, Tesla-Ruder zurück und Elon Musk schreibt jetzt irgendwas von Dogecoin. Und das hat so viele Verunsicherungen erzeugt, dass diese Schwankungen da waren, rein aus einem psychologischen Aspekt, nicht weil er größere Summen gekauft oder verkauft hätte. Und ich glaube aber, dass je häufiger sowas passiert, desto weniger Einfluss werden solche Aussagen am Ende auf den Kurs haben. Ich glaube, es ist gut, dass wir in einer Phase wie jetzt sowas sehen, weil ich glaube, das nächste Mal, wenn er sowas macht, werden die Schwankungen einfach nicht mehr groß sein. Und das ist halt wichtig. Das Wahlverhalten ist tatsächlich bei Bitcoin gar nicht so schlimm, wie man denkt. Also es gibt da einige Meldungen. Wir haben damals den CTO, den Raphael Schulze-Kraft von Glassnode eingeladen gehabt bei uns im Interview. Der hat vorgestellt, wie er hat anhand der Glassnode-Daten, die macht eine On-Chain-Analyse, also die schauen sich genau an, was in der Blockchain passiert und analysieren, was da passiert. Und der hat uns ja einige Quellen und Fakten dazu geliefert, dass das Bitcoin, die Verteilung der Bitcoin deutlich besser ist, als immer angenommen ist. Und kann man gerne auch mal reinschauen bei Glassnode. Das ist eine Seite, die zu großen Teilen einfach offen ist. Da gibt es natürlich auch Premium-Pakete, keine Frage. Aber braucht man erstmal für diese Sachen nicht. Und da sieht man das auch. So schlecht ist Bitcoin gar nicht verteilt. Und was man auch sieht, der Trend geht da in, dass es sich immer besser verteilt. Dass die Wale sich immer besser verstreuen, ihr Geld auch immer besser verstreut. Und dass sich neue Wale bilden, wie MicroStrategy. Aber dass die ganz frühen Bitcoin-Adopter, wo wirklich noch viele neue Coins geschürft wurden, auch ihre Coins immer wieder an den Markt abgegeben haben. Und das ist, glaube ich, relativ wichtig. Du hast jetzt so Geschichten wie Dogecoin oder andere Meme-Coins tatsächlich auch schon angesprochen. Grundlegend schadet das dem ganzen Image nicht überhaupt von Krypto, das Ganze als seriöses Asset anzusehen. Ich glaube, kurzfristig schadet das dem Markt und schreckt viele Leute ab. Ich glaube aber, langfristig sind es Dinge, die immer wieder verschwinden werden. Wir haben in dem Hype 2017 auch solche Sachen wie BitConnect gehabt. Und das war überall vertreten. Quasi jeder dubiose YouTube-Kanal, der eben was über Krypto gemacht hat, hat BitConnect geschillt. Und am Ende kommt raus, hey, es war ein riesen Schneeballsystem. Und ich glaube, diese Dinge kommen, diese Dinge verschwinden, diese Dinge sorgen kurzfristig für negative Stimmung. Ich glaube aber nicht, dass sie irgendwas am Bitcoin ändern. Und das ist so besonders. Und das unterscheidet, glaube ich, Bitcoin auch nochmal von diesen ganzen Projekten. Weil egal, welche Projekte wir da draußen haben, wir haben zentrale Entwicklungsteams, wir haben zentrale Infrastrukturen, wo die betrieben werden. Oder wir haben zentrale Entscheider, wie das Netzwerk weiterlaufen soll. Oder halt Technologien, die das ermöglichen, dass man zentrale Entscheider hat. Und Bitcoin ist eigentlich das Einzige, wo das nicht der Fall ist. Bitcoin ist wirklich eine Weiterentwicklung der dezentralen Masse, wie eine Demokratie auf Steroiden. Weil ich muss zu 100 Prozent mit dem zufrieden sein, was in dem Netzwerk passiert. Ansonsten bin ich kein Teilnehmer des Netzwerks. Oder bilde, wie häufig auch schon passiert, mein eigenes Randprojekt wie Bitcoin Cash oder viele andere. Oder Litecoin, die dann die Regeln eben ändern. Aber alle, die einem Netzwerk beiwohnen, sind zu 100 Prozent stehen hinter diesem Regelwerk. Und daher ist es halt bei Bitcoin nicht möglich, dass da eine zentrale Instanz irgendwas verändert. Und das ist auch notwendig. Und deswegen glaube ich, dass es langfristig solche Meme-Coins und andere shady Produkte Bitcoin selber nicht charten. Kurzfristig wahrscheinlich diese Bubbles immer wieder zum Platzen bringen und so. Ich muss auch sagen, ich beobachte öfters gerade bei Neulingen, wenn die sich mit dem Thema Krypto beschäftigen, dann stehen die erst mal vor so einem Informationsfall. Das ist mal ganz undurchsichtig. Was sind seriöse Informationsquellen? Was unseriöse? Was könntest du Neulingen ans Herz legen? Ich möchte auch noch das Wort Scam-Coin vielleicht mit einstreuen. Das hast du ja indirekt eben auch genannt quasi. Genau. Also erst mal, wir sind alle hier, weil wir nicht ärmer werden wollen. Und das ist natürlich auch klar. Aber ich glaube, man sollte nicht auf Reichtumsversprechen irgendwelcher Leute hören. Und man sollte diesem Leitsatz, den Bitcoin eigentlich mitbringt, folgen. Don't trust, verify. Also vertrau nicht einfach auf irgendwas, was irgendwer sagt, sondern schau dir das genau an, verifiziere selber, ob das stimmt. Und wenn du irgendwo Zweifel hast, dann kannst du schon fast davon ausgehen, dieser Zweifel ist berechtigt. Und daher würde ich sagen, wer neu ist, soll sich erstmal nur mit Bitcoin befassen. Und wenn er Bitcoin wirklich vollends verstanden hat, bis ins kleinste Detail, dann kann er vielleicht sagen, ich schaue mir ein anderes Projekt an. Aber ich glaube, dass er dann ganz schnell auch bei anderen Projekten genau die Punkte erkennen wird, die Bitcoin vielleicht schon längst besser macht oder gelöst hat. Und wird sich damit auch selber schützen vor diesen Hypes, kurzfristigen Hypes dieser ganzen dubiosen Projekte. Weil meistens, wenn man den Hype mitbekommt, ist sowieso schon zu spät. Und dann wird schon eigentlich abrasiert und dann geht der Kurs schon runter und dann kauft man quasi eigentlich schon ein, kurz bevor es alles zusammenbricht. Und das würde ich niemandem empfehlen. Ich würde die Bildung voranstellen in dem Bereich. Das ist relativ wichtig, glaube ich. Wunderbar. Weil tatsächlich konnte ich auch beobachten, die Leute sehen auch Safecoin, Safecoin, Safecoin. Und wer sowas schon im Namen hat, vielleicht um hier auch nochmal anzuknüpfen. Ich denke mal, über die Jahre hat sich auch an deinem Investmentverhalten ein bisschen was verändert, dadurch, dass du ja auch Wissensvorsprung gemacht hast, also Sprung gemacht hast grundsätzlich. Ich sage mal, wenn du jetzt rückblickst auf dein erstes Investment in Bitcoin und jetzt deine Investments, die du nach und nach tätigst, hast du eine andere Herangehensweise oder hat sich von deinem Verständnis tatsächlich irgendwas geändert, was dir persönlich auch gefeinigt ist? Ja, also normalerweise rede ich tatsächlich gar nicht über mein Investment. Vielleicht habe ich nämlich gar kein Bitcoin. Aber ich weiß, dass es in meiner Position irgendwann auch schwieriger wird, das zu verstecken. Grundlegend eine Sache, die ich halt nie wieder tun würde, wäre impulsiv mal eine größere Summe investieren. Das passiert schnell durch FOMO, dass man sagt, okay, der Kurs geht jetzt hoch. Ich glaube, der geht nie wieder dahin, wo wir jetzt sind. Ich muss jetzt alles reinstecken, was ich gerade habe. Das wird sich rechnen, früher oder später. Und was ich halt gelernt habe, das Beste, was man gerade bei Bitcoin tun kann, ist ein sogenanntes DCA oder zu deutsch Sparplan, dass man sagt, hey, zu jedem siebten Monat um 13.30 Uhr kaufe ich für dieselbe Menge Euro Bitcoin. Manchmal, wenn Elon Musk gerade Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert, kriege ich wenig Bitcoin, weil der Kurs sehr hoch steht. Wenn er dann sagt, ich mache das doch nicht mehr, kriege ich wieder ein bisschen mehr, dann kriege ich meinen Discount. Dadurch, dass Bitcoin diese enormen Wertsteigungen sowieso hinlegt über einen langen Zeitraum, bin ich in einem sehr guten Durchschnitt und profitiere davon, dass ich im Durchschnitt kaufe. Und ich weiß halt nie, geht es nächste Woche hoch oder kommt jetzt wieder irgendeine dubiose Meldung und treibt es erstmal nach unten. Ich weiß nur eins, je länger ich warte, desto mehr lohnt es sich für mich. Wenn wir uns 2017 in diesem Hype bei 20.000 Dollar gesagt haben, jetzt kaufe ich Bitcoin für 20.000 Dollar, dann tat das 2020 im März sehr weh, als Bitcoin bei 3.400 Dollar stand. Dann hätte ich nämlich auch 20.000 3.400 gemacht nach drei Jahren Investment. Ein Jahr später, in 2020, wären das aber 60.000, also dreimal so viel gewesen wie in 2017. Das heißt, wartet man diese Zeit, dann wird es sich lohnen. Nur um das zu vermeiden, im Alltime-High zu kaufen oder zu niedrig den Einstieg zu verpassen, ist, glaube ich, dieses durchschnittliche Kaufen, diesen Mittelweg zu gehen, das Schlaueste, was man tun kann. Es gibt da so Seiten, die kalkulieren einem das DCA und zeigen, hey, wenn du eingestiegen bist vor drei Jahren, wie sähe dein Portfolio jetzt aus? Und dann sieht man tatsächlich, wenn man impulsiv kauft, hat man eigentlich immer nur einen Nachteil. Das ist eigentlich mal schon ein guter Wort. Vielleicht auch nochmal darauf zu sprechen, du hast vorhin schon das Coinbase-Listing an der Nestec angesprochen. Grundsätzlich stellt sich da natürlich die Frage langfristig, ob Kryptobörsen dasselbe Standing erlangen können wie eine etablierte Börse, wie die Nisee oder der Nestec. Ja, ich glaube, das kurzfristig auf gar keinen Fall. Ich glaube, aber langfristig wird sich einiges verändern. Wie ich das vorhin schon sagte, wenn mir irgendwann bewusst wird als Investor, ich kann ein Haus kaufen, weil ich mir daraus eine Rendite erhoffe oder ich kaufe Bitcoin und Bitcoin folgt seinem deflationären Charakter, weil es nicht ausgeweitet wird. Bitcoin ist groß genug, dass es das dauerhaft tut, ohne Blasen dabei zu bilden. Und ich weiß, hey, ich habe im Jahr meine sieben Prozent damit oder so. Wertsteigerung, ja, wohlgemerkt, nicht Geldmengenausweitung, sondern Wertsteigerung. Und es wird immer mehr Menschen bewusst, es macht keinen Sinn, eine Immobilie dafür zu halten. Es macht vielleicht Sinn für mich eine Immobilie zu kaufen, um drin zu wohnen, weil es dann meins ist. Aber es macht keinen Sinn, die zu holen, um die zu vermieten oder sonst was. Und es macht keinen Sinn, irgendwelche Aktien zu nehmen oder Aktien im Allgemeinen verlieren eine Menge Vertrauen, weil Bitcoin auch die alle outperformed auf kurz über lang. Dann irgendwann muss man sich halt fragen, wie sehr sich Investitionsverhalten verändert. Wenn ich weiß, dass mein Geld sowieso dauerhaft an Wert zunimmt, dann brauche ich nicht einen MSCI World, der mir fünf Prozent im Jahr verspricht, wenn Bitcoin mir sieben verspricht. Und dann ist halt dieses Problem zu sagen, wo fließt das Geld der Zukunft hin und warum fließt es da rein? Bei einem Einzelunternehmen muss ich der Entscheidung von irgendeinem Rat, von irgendeinem Geschäftsführer und von den Mitarbeitern und den Produkten vertrauen. Bei Bitcoin vertraue ich darauf, dass die gesamte Welt ihr Vertrauen in das Netzwerk gibt und habe eine viel sicherere Sicherheit, dass diese Menge nicht ausgeweitet wird und diesem Narrativ folgt. Und dann ist halt die Frage, wie weit wird es so eine Handelsbörse von Unternehmenszertifikaten dann ebenfalls die Kundschaft abziehen? Und das ist aber ein Prozess, wie ich gerade schon sagte, den sehe ich nicht in den nächsten 10, 20 Jahren. Den sehe ich auf wirklich lange Sicht. Ja, also ich weiß nicht, ob wir das erleben. Ich kann es mir schon vorstellen. Die Welt ist sehr schnelllebig geworden. Aber ich glaube, dass es wirklich lange dauert, bis das passieren könnte. Tatsächlich, dabei stellt sich auch mal die Frage, mögliche Regulierung von Kryptobörsen gegenüber der Dezentralität des Netzwerkes an sich. Dementsprechend ist so eine Regulierung überhaupt möglich. Klar, also das kann jedes Land natürlich für sich entscheiden. Wie ich das vorhin schon sagte, glaube ich, dass irgendwann Bitcoin auch mit dem US-Dollar konkurriert. Und die Frage ist dann halt, was ist die einzige Möglichkeit als USA, sich dagegen zu wehren? Man kann sich diesem Milliardenmarkt verschließen, ob das gut ist, dass man den eigenen Unternehmen verbietet, dieses Asset zu kaufen, was ständig im Wert steigt und eine schnellere Wertsteigerung als der Aufbau des eigenen Unternehmens gewährleistet. Oder wir verbieten es halt oder wir erlauben es halt und dann stellen wir uns aber dieser Konkurrenz aus, hey, unser Geld muss mit dem Bitcoin konkurrieren. Und wenn man dann nicht will, dass diese Situation passiert, dass eine Art spekulative Attacke auf den Dollar passiert, in dem alle sagen, ja, hey, das System lebt davon, Geld auszuweiten. Es muss Geld ausweiten, sonst kollabiert das System. Sonst können die Schulden nicht getilgt werden. Wir müssen Geld ausweiten und wenn diese Geldausweitung dazu genutzt wird, um Bitcoin zu kaufen, dann wird automatisch der Dollar daran scheitern, auf kurz über lang. Also was wäre das Einzige, was die USA tun könnte, um dem Einhalt zu gebieten? Naja, indem sie selber große Mengen Bitcoin kaufen und in den richtigen Momenten in den Markt streuen, um diesem Druck entgegenzuwirken. Das heißt, am Ende sehen wir entweder ein komplettes Verbot von Bitcoin in den USA oder wir sehen, dass Länder gezwungen werden, wenn sie die eigenen Währungen stützen wollen, Bitcoin zu kaufen. Diese beiden Cases. Und ich sehe den Punkt, dass Bitcoin dauerhaft verboten werden kann, als nahezu unrealistisch an mittlerweile. Und das heißt auf der anderen Seite Vollgas in die andere Richtung. Und dann wird es spannend. Und ich glaube halt, dass am Ende die Regulierung daher nicht zu scharf werden kann. Also ich glaube, klar wird sie da sein. Die wollen die Gateways kontrollieren. Die wollen wissen, wer kauft Bitcoin, wer hat wie viel Bitcoin und so weiter. Und das wird denen auch in gewissem Maße gelingen, wenn sie die Gateways kontrollieren. Wenn wir einen Zeitpunkt erreichen, wo ich vielleicht Technologien wie das Lightning Network oder andere benutze, die auf Bitcoin aufsetzen und wirklich auch anonyme Bezahlung ermöglichen, dann wird es irgendwann schwierig, das alles nachzuvollziehen. Und dann wird es trotzdem aber auch schwierig, sich von diesem Markt zu verschließen und zu sagen, wir nehmen das nicht an, weil wir nicht wissen, wo es herkommt. Weil dann genauso wie Bitcoin jetzt, da eine Ökonomie drauf entsteht, von der man sich verschließen würde und was gefährlich wird für die eigene Innovation der eigenen Tech-Unternehmen im Land. Und von daher, ja, das wird spannend. Also ich kann da keine eindeutige Aussage zu tätigen, weil es nicht geht, weil ich die Zukunft nicht kenne. Ich weiß aber eins, das wird clashen, weil das lässt sich nicht vereinen. Bitcoin lässt sich nicht bis ins kleinste Detail mit einer staatlichen Regulatorik vereinen. Definitiv wird es da irgendwann Reibungspunkte geben und dann wird spannend, was passiert, wenn man so weit durchreguliert hat, bis man an diesen Punkt kommt, den man nicht mehr regulieren kann. Was passiert in dem Moment? Wie entscheidet sich der Staat? Dementsprechend fände ich auch deine Meinung interessant, beziehungsweise ich könnte mir einfach schon was denken zu der staatlichen Seite, die jetzt das Bestreben haben, eigene Krypto, sogenannte Fiat-Kryptowährungen aufzulegen. Die EZB spricht ja schon seit zwei, drei Jährchen davon, lauter als den Krypto-Euro irgendwann einführen zu möchten. China hat ja schon den E-Juan. Wie ist deine Sicht darauf? Genau, also die Vorteile, die sie damit schaffen, sind eher interner Natur, vorsichtig gesagt. Das optimiert die Bankenprozesse im Hintergrund vor allem, macht das Geld anpassbarer und auch ein bisschen kontrollierbarer natürlich. Ich glaube, am Ende können die aber auch nicht mit Bitcoin konkurrieren, denn sobald ein Geld ausgeweitet werden kann von der Menge, ist es ein Geld, was entwertet. Und Bitcoin kann nicht ausgeweitet werden, ist also ein Geld, was nicht entwertet. Und ja, das haben wir immer, diese gegenüberstellung haben wir immer. Und von daher ist das, was die Banken gerade an Krypto-Geld bauen, auch kein Krypto, sondern es ist halt einfach E-Geld, was sie für sich definieren. Aber es hat mit Krypto nicht viel zu tun. Sie wollen schon Möglichkeiten bieten, bis, was weiß ich, dann 10.000 Euro oder so anonyme Zahlungen zu machen. Ich glaube aber, am Ende, wenn es wirklich das Produkt fertig ist und sie planen das ja sogar in den nächsten fünf Jahren zu launchen, ich glaube, wenn das Produkt dann fertig ist, wird sich auch herausstellen, dass es nicht so anonym ist, wie sie behaupten. Und ich glaube, am Ende ist es nur eine Weiterentwicklung des jetzigen Fiat-Geldes, ändert aber nichts, daran, dass es nicht konkurrenzfähig mit Bitcoin ist, meiner Meinung nach. Und im Gegenzug solche Geschichten wie Unternehmenscoins, ich sage mal, JD hat ja seinen eigenen Coin aufgelegt in China und Amazon arbeitet ja angeblich auch daran, einen eigenen aufzulegen. Wie siehst du das? Ja, ähnlich, weil das sind auch wieder zentral geführte Produkte. Also wir sehen das heute in der Gaming-Szene sehr häufig. Da gibt es sowas wie FIFA-Coins oder virtuelles Geld in World of Warcraft, wo Leute mit Gold handeln. Ja, also sie sind dann ja wirklich stundenlang unterwegs, sammeln dieses Gold und geben es dann irgendwo aus für andere Produkte in diesem Spiel. Und am Ende kann natürlich Amazon treue Punkte oder was auch immer daran binden oder auch in gewisser Form intelligente Verträge darauf bilden. Es bleibt aber ein zentrales Produkt und auch hier Bitcoins Vorteil ist die Dezentralität, dass es eben nicht eine zentrale Stelle gibt, an der es scheitern kann. Und das ist einfach notwendig, weil wenn man diesem Murphy's Law folgt, wird ein zentrales System auf kurz über lang immer scheitern. Wenn es ein paar dezentrale Aspekte hat, dann wird es vielleicht ein bisschen länger leben, aber es wird trotzdem irgendwann an seinen zentralen Ecken scheitern. Und das ist etwas, was Bitcoin allen anderen voraus hat. Und diese Sicherheit hat Bitcoin allen anderen voraus. Und ich glaube, diese Sicherheit ist am Ende das, was man bekommt, wenn man Bitcoin kauft. Nicht das Wertstabile zum heutigen Zeitpunkt. Wir wissen, dass es im Wertvergleich zu Euro schwankt. Keine Frage. Aber dass es 21 Millionen Bitcoin bleiben, diese Sicherheit kann nichts anderes garantieren. Und das macht das Ganze so besonders. Und deswegen glaube ich, Unternehmenscoins sind so ein bisschen die Goodies der Zukunft so. Und um ein eigenes Ökosystem zu bilden, in dem man sich bewegen kann. Und natürlich in der Form ein kleines eigenes Geld-Ökosystem, was das Unternehmen dann sehr gut kontrollieren kann. Aber ich glaube, auf kurz über langen, sind das keine Produkte, die wir global nutzen können und wollen. Wir hatten die Regulierung ja auch schon angesprochen und sind zu dem Konsens gekommen, ab einem gewissen Punkt wird es halt schwierig, tatsächlich die Regulierung auch durchzuführen. Dementsprechend, was sind für dich so die Pros und Contra der Blockchain-Technologie? Naja, also in dem Moment, wo ich mich entscheide, Bitcoin zu benutzen oder vielleicht sogar selber einen Knotenpunkt zu betreiben, was für unter 200 Euro mittlerweile machbar ist, bestimme ich, nach welchen Regeln dieses Netzwerk laufen soll. Und tatsächlich funktioniert das sehr gut. Wir haben ein Netzwerk, was seit zwölf Jahren ohne Realwelt-Gesetze funktioniert. Das ist eigentlich Wahnsinn und das hat es bis dato nicht gegeben. Wir mussten immer in irgendeiner Form eine Obrigkeit haben, die Gesetze definiert, damit wir uns als Masse verständigen konnten und uns auf etwas einigen konnten. Bitcoin hat es geschafft, seit zwölf Jahren ohne eine Obrigkeit, einfach nur, indem alle sagen, hey, ich spiele nach diesen Regeln und wenn ich andere habe, die nach den Regeln spielen, cool, dann spielen wir zusammen danach, genau das zu schaffen. Das heißt, wir treffen mit Bitcoin eine gewisse Wahl, wie dieses Netzwerk auszusehen hat. Und ich glaube, so ein bisschen können wir dieses Konzept abstrahieren oder anwenden auf unsere Politik und die Art und Weise, wie wir unser gemeinsames Leben bestreiten und wie wir uns auf Dinge einigen, wie diese Welt zu funktionieren hat. Auch das ist etwas, wo ich nicht glaube, hey, in drei Jahren revolutioniert die Blockchain unsere Politik, aber ich glaube, das ist ein Prozess, der halt auch über viele Jahre sich einschleicht und ich glaube nicht, weil die Blockchain und Bitcoin Unternehmen, Politik oder Banken angreifend, sondern einfach, weil es besser ist und diese obsolet macht. Und je mehr Menschen das erkennen, je mehr Menschen darauf bauen, desto schneller geht dieser Prozess voran. Und das ist nicht blöse gemeint, weil ich glaube, am Ende ist es gut für alle tatsächlich. Dementsprechend, du hast auch schon gesagt, wir können hier nicht in die Glaskugel gucken, aber grundläufend, welche Chancen und Risiken siehst du denn in der Blockchain-Technologie, gerade in der Anwendung? Ja, Risiken sehe ich in vielen Netzwerken, deren Sicherung keine Dezentralität gewährleisten kann auf lange Sicht und das sind dann Netzwerke wie Ethereum, Cardano und viele andere. Da sehe ich einfach die Gefahr, dass wenn jemand in der Lage ist, irgendwann die Mehrheit aller Coins zu kaufen, maßgeblich das Netzwerk kontrollieren und gestalten kann und das könnte im ganz katastrophalen Fall mal zu so einer globalen Versklavung führen. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass es ein sehr weiter Weg ist bis dahin, aber diese Netzwerke sind heute schon zu großen Teilen sehr zentralisiert und gerade Ethereum läuft zu großen Teilen auf Infrastrukturen, also auf Computern und Servern von Infura, das ist ein Dienstleister, der ja fast das halbe Netzwerk betreibt. Also es ist heute schon ein sehr zentrales Produkt eigentlich, was aber nach außen nicht so unbedingt kommuniziert wird und auch den Leuten nicht unbedingt bewusst ist. Die sehen einfach nur, hey, das ist das stromsparende Bitcoin-Netzwerk, super, da kann man noch ganz großen Zauber darauf machen. Tatsächlich ist es aber eigentlich so, dass die Blockchain mehr Nachteile als Vorteile hat. Die Blockchain ist langsam, sperrig und schwer zu updaten. Wenn man ein dezentrales Netzwerk updaten möchte, muss man es schaffen, dass alle mit dem Update zufrieden sind, weil ansonsten, also gerade bei Bitcoin ist es so, wenn weniger als 95% mit einem Update einverstanden wären, dann würde es nicht kommen. Also man möchte einfach nicht das Risiko eingehen, dass sich 10% von dem Netzwerk abspalten. Und daher ist es immer so ein Mehrheitsentscheid, nee, das Update kommt nur, wenn alle damit cool sind. Ansonsten wird es nicht kommen. Und das ist ziemlich besonders, weil am Ende ist Bitcoin eigentlich ein fertiges Produkt und wenn wir es erweitern, dann muss es schon gute Gründe geben. Und das ist auch ein Part der Sicherheit. Never change a running system, so nach dem Motto. Und ich glaube halt, die Gefahr ist einfach, dass wir manche dieser Blockchain-Technologien so groß werden lassen, dass wir sie nicht mehr stoppen können und die tatsächlich zu einer Gefahr werden für manche Bereiche. Der Vorteil ist aber, dass wir mit Bitcoin ein nicht korrumpiertes Geld, korrumpierbares Geld bekommen haben und einer ausfallsicheren Infrastruktur, die seit zwölf Jahren ausfallsicher global funktioniert, wo man sagen muss, welches zentral geführte IT-System kann das? Ich meine, vor ein paar Monaten ist erst noch Fatwire für ein paar Tage ausgefallen in den USA. Selbst das, so ein großes, wichtiges System. Und Bitcoin schafft das seit zwölf Jahren nicht auszufallen, weil es ein dezentrales Masche-Netzwerk, ähnlich wie das Internet eigentlich ist, nur ein sogenanntes, oder man könnte es so Internet des Geldes nennen. Und ich glaube, das Potenzial ist gewaltig. Es ist gewaltig, wenn wir nicht mehr von Banken, von Banklizenzen, von Bankinfrastrukturen und diesen ganzen Dingen abhängig sind und einfach sagen können, hey, hier ist ein natives Internet-Geld und das können wir für alles benutzen, was wir im Internet machen, egal was es ist. Und wir können diesen Layer auch für viele andere Dinge benutzen. Microsoft Ion hat jetzt die Möglichkeit gebaut, dass man sich eine digitale ID an der Ebene über Bitcoin anlegt und den Beweis über diese ID in die Bitcoin-Blockchain speichert und unveränderbar speichert. Und damit kann ich immer beweisen, hey, ich bin ich, weil sonst könnte ich nicht beweisen, dass ich hier drinstehe mit diesen Daten. Es ist ein bisschen kompliziert, aber tatsächlich ist es wie der Personalausweis der Zukunft, der einfach global nutzbar ist, digital und nicht auf einem Server der Bundesregierung liegt oder irgendeinem Dienstleister der Bundesregierung, sondern dezentral und für alle allgemein gültig, global. Und solche Dinge, wenn man das weiterspinnend, da merkt man, da kann sich so viel mit verändern und so viel bei tun. Wir können den Beweis darüber, dass ich ein Gebäude, Unternehmen besitze oder alles in der Blockchain speichern. Und ja, eigentlich haben wir einen historischen Speicher, der die Vergangenheit unveränderbar absichert. Und das ist besonders. Und daraus ergeben sich sehr viele Möglichkeiten. Den Stromverbrauch der Chains hast du grundlegend auch schon mal gerade angeschnitten. Steht das Ganze nicht aktuell im Kontrast zu dieser Umweltbewegung oder dem ganzen Umweltbewusstsein, was jetzt gerade aufkeimt oder vielleicht auch ein bisschen vorangetrieben wird, um es vorsichtig auszudrücken? Tatsächlich ist Bitcoin mittlerweile, wird das Netzwerk aus 58 Prozent erneuerbarer Energie betrieben, haben jüngste Forschungen ergeben und der Trend ist extrem steigend dahingehend. Von einem Jahr waren es noch 39 Prozent und man sieht, das ist immer mehr. Der Grund ist ganz einfach, dass erneuerbare Energien sich am meisten lohnen für Bitcoin, gerade überproduzierter Strom. Und davon haben wir sehr viel auf dieser Welt. Also wenn wir Bitcoin aus 100 Prozent überproduzierten Strom, der eigentlich von den Stromproduzenten wieder an die Umwelt abgegeben wird, betreiben würden, würde Bitcoin aktuell erst 0,4 Prozent dieses globalen überproduzierten Stroms verbrauchen. Und dieser überproduzierte Strom, wie ich gerade schon sagte, der ist quasi für den Stromproduzenten Nullsummengeschäft. Der produziert den, eigentlich macht er sogar Verlust und gibt ihn wieder ab. Der wird vor allem dadurch erzeugt, dass ich zum Beispiel Wasserkraft habe, Solarenergie, aber nicht immer die Abnehmer in dem Moment habe, wo die Energie reinkommt oder Windkraft oder so. Und jetzt könnte ein, wenn wir jetzt versuchen wollten, das ganze Land Deutschland auf erneuerbare Energien umzustellen, dann haben wir genau dieses Problem. Wir müssten so viel Windkraft aufstellen, dass selbst in dem Moment, wo nur wenig Wind bläst, in den Stoßzeiten ausreichend Strom zur Verfügung steht. Das würde aber auch bedeuten, dass in anderen Momenten überproduziert werden würde und sich das ganze Unterfangen nicht rechnet oder unser Strom unendlich teuer werden würde. Ein Stromhersteller, der auf erneuerbare Energien setzt, könnte sich jetzt neben seiner Windkraftanlage ein Bitcoin-Mining-Gerät bauen. Und immer in dem Moment, wo er Strom überproduziert, könnte er Bitcoin-Mining betreiben und damit Geld verdienen. Das heißt, er würde auf einmal profitabel werden. Wir könnten es schaffen, eine gewaltige Menge an erneuerbaren Energien aufzubauen, ohne dass wir die Gefahr laufen müssten, damit nicht profitabel zu sein. Wir können die überschüssige Energie jederzeit weiterverwenden. Und das ist eigentlich bahnbrechend. Und fördert auch, dass tatsächlich, es gibt mittlerweile erste Dienstleistern in dem Bereich, die sagen, wir bauen massive erneuerbare Energien auf, um das nicht nur mit Bitcoin zu finanzieren, sondern Bitcoin-Mining klar zu betreiben, aber auch Strom an Infrastrukturen zu liefern. Und dieses Konzept geht halt eher in die Richtung, dass Bitcoin sogar ein Innovator für dieses Ganze ist und eigentlich so ein bisschen wie ein Subventionieren für erneuerbare Energien ist. Und das ist ziemlich spannend, weil das augenscheinlich von außen betrachtet erstmal totaler Energieverbrauch ist und komplett konträr eben zu diesem Ganzen steht, hey, wir wollen doch eigentlich so ein bisschen auf erneuerbare Energien setzen, diesen Planeten nachhaltiger machen. Aber tatsächlich, wenn man ins Detail schaut, unterstützt Bitcoin das massiv. Sonst ein anderer kritischer Punkt, den gerne so Leute sehen, ist die Sicherheit tatsächlich. Wir hatten die letzten Monate massive Attacken, also Cyberattacken auf Exchanges, aber auch den Fall AfriCrypt. Wie siehst du diesen Punkt? Ja, alles in allem sind das natürlich diese sogenannten Gateways, über die ich in das Bitcoin-Netzwerk komme. Und da gibt es halt so ein paar Verhaltensregeln, die man einhalten sollte und damit fährt man dann ganz gut. Also zum einen, es ist schwierig zu sagen, hey, da ist eine Börse, die kommt aus Deutschland oder aus der Eurozone, deswegen kann man der vertrauen. Ich glaube, dieses Problem besteht immer. Denn anders wie bei Wertpapieren oder Geld, wenn es bei einer Bank lagert, kann man sowas nicht zurückbuchen oder so in digitaler Form. Wenn es bei Bitcoin getätigt wurde und ein Dieb klauen konnte, ist es weg. Und das ist dann auch schwierig, sowas zu versichern. Da gibt es natürlich Konzepte, was aber auch mit enormen Kosten einhergeht. Also grundlegend könnte man sagen, wenn man größere Summen Bitcoin kauft, sollte man dafür sorgen, sie selber abzuspeichern. Also hier gibt es solche Geräte, das sind so kleine USB-Devices und die speichern tatsächlich auch gar nicht die Bitcoin ab. Die liegen ja in der Blockchain, die Bitcoin, sondern die speichern die Schlüssel ab, mit denen ich diese Bitcoin verschicken darf. Das heißt, schicke ich mir die Coins auf eine Adresse, die dieses Gerät generiert hat, dann hat auch nur dieses Gerät den Schlüssel, womit ich die Coins wieder verschicken kann. Es gibt auch die Möglichkeit, dann diese Schlüssel manuell abzusichern, in Stahl zu stanzen oder solche Sachen. Aber dieses Gerät ist ja erstmal die technische Möglichkeit, das zu realisieren. Und damit riskiere ich, nicht gehackt zu werden. Ich bin auch kein Honeypot wie eine Börse. Eine Börse ist ein sehr interessanter Angriffspunkt, weil da viele Bitcoin liegen. Und es gibt auch viele Betreiber, die sich aus dem Staub gemacht haben. Sowas wie Mt. Gox damals war, wahrscheinlich ein Inside-Job. Und wir haben jetzt auch mehrere Börsen dieses Jahr gesehen, unter anderem auch in der Türkei, wo sich der Betreiber mit über 2 Billionen Dollar Geldern aus dem Staub gemacht hat. Und ich glaube, es waren Billionen. Nee, stopp. 2 Milliarden? 2,4 Milliarden? Egal. Große Summe. Große Summe. Ja, gerade ein Hänger im Kopf, wegen Englisch-Deutsch. Aber es ist so, dass man das damit verhindern kann, wenn man die Coins selber verwahrt. Und Bitcoin bringt das alles mit. Und diese Verhaltensregeln sollte man mitbringen. Und damit komme ich auf das zurück, was ich so vor ein paar Minuten schon mal sagte. Man muss die Bildung voranstellen, wenn man sich wirklich für Bitcoin interessiert. Und wie gesagt, wenn ich eine kleinere Summe investiere und da 500 Euro liegen habe und die werden mir jetzt gestohlen, das ist ärgerlich. Aber dann geht mein Leben weiter. Wenn ich da meine gesamten Ersparnisse liegen habe und sich jemand damit aus dem Staub macht, dann ist das schon heftig für den einen oder anderen. Und da sollte man sich dann wirklich ein gutes Konzept überlegen, wie man das selber verwahrt. Am Ende ist Bitcoin ein Netzwerk, was uns unabhängig von Dienstleistern macht. Und das erfordert aber auch, dass wir in dem Moment dann die Verantwortung auch selber wieder übernehmen. Gut, also stellst du vor allen Dingen den Häufer erstmal die Eigenverantwortung. Abschließend möchte ich mit dir dennoch ein bisschen in die Zukunft gucken. Wie denkst du denn, sieht da so der Fahrplan innerhalb der nächsten 15, aber auch 25 Jahre aus? Hören wir mal diese drei Sprünge, kurz, mittelfristig, langfristig. Ja, ich glaube, in den nächsten fünf Jahren sehen wir vor allem, dass Technologien, die Bitcoin in anderen Netzwerken als im Hauptnetzwerk benutzbar machen, größer werden. Zum Beispiel wie das vorhin schon angesprochene Lightning-Network, womit ich zu nicht mal Cent-Beträgen Bitcoin verschicken kann. Und das ist auch noch anonym und ganz viele Vorteile blitzschnell. Der Hauptlayer ist eigentlich dazu da, diese Seltenheit zu gewährleisten. Das sind nur 21 Millionen Bitcoin bleiben, das keiner korrumpieren kann und das Netzwerk offen für jeden ist. Wo wir die Bitcoin dann verschicken, ist relativ egal. Und ich glaube, dass diese Technologien, also ich glaube, erst mal die Transaktionsgebühren im Bitcoin-Netzwerk werden in den nächsten fünf Jahren sehr, sehr teuer werden. Und ich glaube, dass diese Second Layer oder die Netzwerke, die darauf aufsetzen, sehr populär werden. Das ist das Erste, was wir, denke ich, sehen. In den nächsten zehn bis 15 Jahren glaube ich, dass Bitcoin maßgeblich Fuß oder Platz nehmen wird in der klassischen Finanzwelt. Ich glaube, dass sehr viele Leute, die heute diesem noch sehr kritisch gegenüberstehen, sagen, das ist so ein illegales Darknet-Geld. Zunehmend erkennen, dass es das nicht ist. Das ist übrigens tatsächlich heute schon nicht mal mehr so. Es sind unter ein Prozent der Bitcoin-Transaktionen, die man illegalen Aktivitäten zuordnen kann. Lustigerweise bei Dollar sind es zwei bis drei Prozent und Dollar ist viel weiter verbreitet. Und bei Bitcoin war dieser Prozentsatz auch schon mal höher. Der hat aber sogar abgenommen. Das ist sehr interessant. Und das ist wirklich so, dass ich glaube, dass die klassische Finanzwelt immer mehr Bitcoin nutzt und dass dieser Spruch, hey, das ist aber quasi eine Pflichtbeimischung in dem Portfolio, erst mal in den nächsten zehn Jahren, denke ich, zum Standard wird und damit immer eine Stabilität kommt und der Zeitraum danach wird dann richtig spannend, weil auf einmal Bitcoin, wenn es diese Stabilität erreicht hat, auch tatsächlich als gutes Geld funktionieren kann und dann nicht nur in irgendwelchen Schwellenländern, wo die Landeswährung wie in Venezuela 70 Prozent Entwertung am Tag macht, wo Bitcoin, wenn er mal 30 Prozent fällt, immer noch gut dasteht, sondern tatsächlich auch bei uns gut funktionieren könnte und ein tatsächlicher Konkurrent zu Euro, Dollar, den ganzen Fiat-Währungen wird und die sich wirklich warm einpacken müssen. Das ist, was ich glaube, was so in den nächsten 15 bis 20 Jahren aufwärts dann passiert. Wie siehst du denn die Rolle von Krypto-ETFs? Wir hatten jetzt in Kanada ja den ersten, der aufgelegt wurde. Es folgen jetzt nach und nach welche. Bei uns sind wir noch ein bisschen langsam, ehrlich gesagt, auf dem Markt. Wie schätzt du diese Rolle ein? Ja, die ist gerade im jetzigen Stadium eine relativ wichtige Rolle. Vielen Institutionellen ist es nicht möglich, einfach so Bitcoin zu kaufen. Es ist einfach ein zu junges Asset. Das ist auch mit sehr vielen Risiken behaftet und auch regulatorisch nicht so einfach unbedingt. Und einen ETF zu kaufen, ist ganz einfach. Ich gehe hin und sage, ja, den kaufe ich. Und wenn der an dem Kurs von Bitcoin hängt, ja, ist ein anderes Thema. Aber den ETF kann ich jederzeit einfach einkaufen. Und da haben wir sehr viele Dienstleister. Einer der größten derzeit ist Grayscale. Die halten über 3% des gesamten Bitcoin-Supplies mittlerweile in verwaltender Form. Über 650.000 Bitcoin. Und da muss man halt sagen, ich sehe gerade Grayscale sehr kritisch an, weil ich diese Monopolisierung nicht gut finde in dem Bereich. Andersherum muss man auch sagen, sie werden sich selber, also ich denke, die Konkurrenz wird da groß werden, weil sie haben sehr harte Konditionen. Also zum Beispiel nehmen sie sich 2% von dem, was eingelegt wurde, als Fee, um das Ganze zu betreiben. Und das ist verhältnismäßig viel, gerade bei den Summen. Und was man aber gesehen hat, dass diese GBTC, diese Grayscale BTC, das ist wie ein ETF dann zu verstehen, dass die aber teilweise in den Hype-Phasen sogar über dem Bitcoin-Preis stehen, weil sie so begehrt sind und Grayscale nicht schnell genug Bitcoin nachkaufen kann und da dann sogar ein Premium von 40% teilweise anstand. Und jetzt in den Phasen, wo alle eigentlich raus wollen, aber man diese Verpflichtung hat, sechs Monate zu halten, sogar negativ da ist von 12%. Und das sind halt spannende Entwicklungen und am Ende glaube ich, keine unbedingt Entwicklungen, die wir auf lange Sicht sehen. Ich glaube, ETFs sind in dieser Phase, in den nächsten zehn Jahren notwendig, eine Regulatorik zu umgehen oder zu vereinfachen. Und ich glaube aber, dass es danach tatsächlich irgendwann auch ein Thema geben wird, wo man sagt, naja, eigentlich macht es keinen Sinn, einen Dienstleister zu bezahlen, außer ich will wirklich, der verwahrt für mich die Coins, aber warum soll ich die als Unternehmen nicht selber kaufen können, gerade wenn ich die Coins kaufe und nicht nur das tue, um an dem Wert zu partizipieren, sondern weil Bitcoin auch andere Nutzen hat tatsächlich. In anderen Netzwerken kann ich vielleicht auch irgendwelche Technologien damit betreiben, dann möchte ich auch die Bitcoin haben und nicht einen ETF, weil den kann ich vielleicht in den anderen Netzwerken nicht verwenden. Und dann wird es irgendwann spannend und ich glaube, dann wird es schwierig für die ETFs. Aber in erster Form sind sie, glaube ich, ein notwendiges Mittel für institutionelle Anleger. Du hattest eingangs auch schon mal die NFTs angesprochen, die jetzt ein enormes Wachstum aufgezeigt haben, die letzten paar Monate. Wie stehst du grundsätzlich dazu? Sehr kritisch. Also erstmal laufen die alle auf Plattformen, die ich stark kritisiere, technisch, aber auch ökonomisch kritisiere. Von daher glaube ich, so wie die Plattformen ihre Sicherheit nicht dauerhaft gewährleisten können, kann nichts anderes die Sicherheit gewährleisten, was darauf aufsetzt. Natürlich dann auch nicht die NFTs. Davon ganz ungeachtet mal, von dem aktuellen Zustand, sehr hype getrieben. Da passiert total viel Marketing in dem Bereich und natürlich ist ein NFT, wenn ich es habe, unterscheidet sich von allen anderen und ich kann beweisen, das ist einzigartig, das ist meins, aber die Menge, die dann als Replikat davon erzeugt wird, von wem anderes, vielleicht mit ein bisschen anderen Parametern, die ist ja unlimitiert und dann könnte es 100 Auflagen geben oder so. Natürlich könnte die erste Auflage einen gewissen Sammlerwert behalten und das ist nicht auszuschließen. Wir sehen aber teilweise wirklich bei banalsten Dingen horrende Summen, weil einfach gutes Marketing gemacht wurde und ich rede jetzt, wenn ich von horrenden Summen rede, von 400 Millionen für ein Sammelbild und das haben wir in 2017 übrigens auch schon gesehen, da ist dieser ganze Hype mit den Crypto-Kitties, hießen sie damals, so Kätzchenbilder, die sich alle unterschieden haben, angefangen. Die sind teilweise für solche Summen gehandelt worden und waren später vielleicht noch 4.000 Dollar wert. Also da konnte man sehr schnell vom Multimillionär zum Nicht-Millionär werden. Das ist schon sehr krass und da muss man einfach aufpassen, sehr vorsichtig mit sein. Ansonsten hast du noch andere interessante Krypto-Projekte gerade auf dem Schirm oder Bitcoin-related Projekte? Genau, also allgemein Netzwerke, die darauf aufsetzen. Das ist das Lightning Network als Zahlungsnetzwerk, was aber auch viele weitere Möglichkeiten bietet. Wir können darüber Kommunikationen aufbauen. Das ist halt wie gesagt eine eigene Server-Infrastruktur, wobei jeder einzelne Server-Knotenpunkt relativ günstig zu betreiben ist, wie gesagt, für unter 200 Dollar. Womit man aber auch langfristig Geld verdienen kann, wenn man Liquidität für die Zahlungskanäle bereitstellt und das auch ohne Risiko, weil man einfach die eigene Note als Zahlungsknotenpunkt zur Verfügung stellt. Und dadurch, dass man das macht, also man muss halt Liquidität in dem Moment dort liegen haben, kann man auch Gebühren verlangen. Die sind dann wahrscheinlich sehr gering, weil es gibt viel Konkurrenz in dem Bereich. Tatsächlich kann ich aber damit Geld verdienen und das geht auch heute tatsächlich schon, aber es ist halt in einem so jungen Stadium und das darf beim Lightning-Netzwerk nicht vergessen werden, dass es A, teilweise auch noch Sicherheitsrisiken gibt in dieser jungen Entwicklungsphase und B, das Netzwerk noch verhältnismäßig so wenig genutzt wird, dass man auch kein reales Geld im Moment damit verdient. Also wenn man jetzt einen Euro damit im Jahr verdient, dann wird man schon große Summen eingelegt haben. Und von daher, das macht derzeit noch keinen Sinn. Ich glaube aber, dass das in Zukunft definitiv passieren wird. Und als nächstes finde ich sehr interessant, was Microsoft Ion ermöglichen wird, die digitalen IDs, die damit einhergehen und die darauf kommen. Das wird auch nochmal sehr, sehr spannend. Und am Ende alle Projekte, die halt hingehen und sagen, wir wollen in gewisser Form die Bitcoin-Blockchain nutzen, um Speicherplatz in der Blockchain zu kaufen, um darin Dinge von uns abzulegen. Das ist einfach spannend, weil wir können auch Netzwerke bauen, die ihre Absicherungen darüber machen und sagen, ja, wir finalisieren unser Netzwerk immer in dem Moment, wo wir unseren Zustand in der Bitcoin-Blockchain verankern oder so. Solche Möglichkeiten. Da gibt es einige Konzepte. Ich möchte aber auch an dieser Stelle warnen, es gibt auch viele, die in diesem Bereich sehr dubiose Projekte bauen, die nämlich dann am Ende wieder zwar so ein Anchoring einbauen, so ein bisschen als Vorwand, aber an der anderen Stelle wieder ihren eigenen Coin herausgeben und promoten. Und das ist wieder dieses Papiergeld aus dem Nichts zu schaffen, hey, vertrau mir, ich entwickle das gute Netzwerk. Wie gesagt, das ist nicht das, was Bitcoin will und was Bitcoin ist. Und da sollte man wieder dann eher im Abstand von nehmen. Also ich rede wirklich von den Projekten, die einfach sagen, wir machen eine Absicherung mit dem Netzwerk, wir brauchen dafür auch kein neues Fantasiegeld erstellen. Wir können ja Bitcoin benutzen, um das zu realisieren. Und das ist ja auch so ein bisschen Sinn und Zweck des Ganzen. Und vielleicht auch an der Stelle Bitcoin, um Bitcoin zu erstellen, ist halt ein gewisser Arbeitsaufwand vorangegangen. Und bei den anderen Projekten ist das einfach nicht der Fall. Das sind meistens Projekte, die aus dem Nichts initial per Knopfdruck einmal alle Coins erstellt haben und die dann verteilt wurden in weiser Voraussicht von dem Projekterfinder oder so. Und das war auch bei Ethereum der Fall, bei Cardano, bei vielen anderen Projekten der Fall. Und da sollte man misstrauisch werden. Also Bitcoin ist wirklich geschifft worden und das macht das auch so besonders und so selten. Und ja, da gibt es eben keinen, der eine exponierte Stellung hat im Netzwerk. Von daher, diese Projekte, die so auf Bitcoin aufbauen, finde ich halt spannend. Und da sehe ich vor allem das Lightning Network, was massiv erweitert wird, was teilweise mehr Entwicklung und Innovation hat, wie die meisten Krypto-Projekte da draußen mit eigenem Coin. und auch an dieser Stelle ein kleiner Warnhinweis, wenn man nach Lightning Bitcoin sucht, weil im Lightning Netzwerk werden ja Bitcoin verschickt. Wenn man nach Lightning Bitcoin sucht, wird man einen Coin finden, der nicht die Bitcoin im Lightning Netzwerk sind. Also nicht kaufen, ganz wichtig, es ist ein Betrug, der versucht, Leute zu irritieren. Tatsächlich sind es einfach nur Bitcoin, die wir später auch in diesem Netzwerk verschicken oder auch heute schon verschicken. Also funktioniert ja schon, nur ist es noch im Aufbaustadium. Und dann last but not least, was sind so deine persönlichen Projekte, die hier noch anstehen, auch in Richtung deines YouTube-Kanals? Ja, ich darf nicht über alles reden, tatsächlich. Da gibt es NDAs, aber der Kanal an sich wird erstmal genau so weitermachen wie jetzt auch. Wir erweitern unsere Produktpalette vor allem um Tools, die es den Leuten ermöglichen, für sich den besten Einstieg in diese ganze Welt zu ermöglichen. Wir haben umfangreiche Bildungsartikel, bei uns. Wir machen alles umsonst. Also wir haben zwar sowas wie eine Beratung, die bewerbe ich aber gar nicht oder so, weil ich das eigentlich gar nicht will. Alle Informationen, die wir dort geben, sind auch verfügbar, wenn man die Zeit mitbringt. Das ist eher für die Leute, die sagen, hey, ich habe das alles gelesen, traue mich trotzdem nicht, nehme mich bitte an die Hand. Ja, und dafür ist es eigentlich gedacht. Ansonsten ist alles frei verfügbar. Wir wollen keine Paywall, wir wollen nicht, also ich glaube, ich halte an dieser Philosophie, Festbildung muss für jeden sein, eine gewisse Chancengleichheit für jeden zu ermöglichen. Und deswegen, wenn wir dieses Produkt weiter ausbauen und das ist erstmal das, was wir dort tun und in den IT-Dienstleistungen stehen halt einige Projekte an, auch teilweise medizinische Datenbanken und so, an die wir uns gerade dran machen. Und da würde ich mir wünschen, mehr Bitcoin-related Arbeit zu machen. Das ist nämlich derzeit noch nicht der Fall. Ich glaube aber, dass wir zwangsläufig irgendwann kommen und wir sind da auch ganz gut aufgestellt. Wir haben relativ hohes Know-how in dem Bereich. Genau. Wunderbar. Dann war Schluss mit meinen Fragen. Dann möchte ich zum Abschluss nochmal herzlich danken für deine Zeit im Namen von FX-Flat und dir dann auch für die Zukunft alles Gute. Maurice, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke für die tollen Fragen. Es waren wirklich spannende Fragen und gut gestellt. Tolles Gespräch. Vielen Dank. Wunderbar. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Danke dir. Danke dir.